ja nun zusammen da bin ich wieder mit meinem let's play zu parisite eve und ja wir waren ja beim letzten museum angekommen und haben schon ordentlich ja entdeckt würde ich sagen wir haben schon die ersten beiden stockwerke unsicher gemacht und wir sind jetzt im dritten angekommen und wir müssen jetzt hier weiter wir haben hier drei möglichkeiten ich würde aber sagen ich jetzt erst mal hier rechts rein einfach mal so ins ins blinde und wir waren ja weiter auf der suche nach rief und das sieht verdammt interessant aus was die hier für ein zeug haben schuldig das mal an ach du wollte mich erschrocken flugsaurier die dürfen hier natürlich nicht fehlen denn im dinosaurier museum so die dürfen natürlich nicht fehlen die dinger verdammt wie die heißen die terranodon genau terranodon weiß ich noch aus deinem kreis ist geil heute und den haben platt gemacht medizin 4 4 schon heiß und ja liebe leute ich freue mich dass man wieder dabei sein inventar ist voll dann nehmen wir eine medizin 2 raus und da kriegen wir eine medizin 4 für richtig gut so so liebe leute dann können wir hier weiter gehen ja können wir sogar das ist ganz gut keine unsichtbare wand um gottes willen jetzt fängt die verführung an weil hier geht es ja nämlich immer weiter und ja mal gucken so noch ein terranodon erstschlag nicht vergessen leute ich habe erstschlag das blöde bei dem ding ist nämlich der kann mich nämlich verblinden genau damit so aber der war doch relativ entspannt jetzt sind drei nein ach verdammt warum die wollte ich eigentlich mit gehen wir einfach mal weiter und was jetzt hier noch kommt ja jetzt wird es nämlich verwirrend so was haben wir hier wieder zwei dinos okay dann schießt man drauf da auch 400 schaden verteilt an denen das ist schon geil das war es schon perfekt leute einfach vier schuss weg so muss das sein bei der waffe wirklich ich nehme meine medizin 2 so perfekt das sieht gut aus dieses dinosaurier skelett das sieht richtig cool aus ja schaut mal schaut mal schaut mal wo wir jetzt hier angekommen sind das ist der hauptbereich wenn wir jetzt nämlich hier runter gehen glaube ich zumindest ach wenn die tore zu sind ja komme ich da nicht durch das ist natürlich richtig kannst du hier unten noch irgendwo hin nein okay dann bleibt uns nur noch diese tür hier nur noch die tür so es ist ja noch einigermaßen einigermaßen die näher oh hey hat jemand die tür geschlossen das war klemmt die geht nicht auf er muss ja einigermaßen haben nach klemmt die penner hier wirklich was ist das denn hier oha was zur da ist eine kiste ja nimm die nimm die kiste ein inventarplatz mehr kann ich mir den vielleicht da raus friebel den inventarplatz kann ich sogar frage ist will ich das 39 36 30 30 ja komm nehmen wir den inventarplatz mit den kann ich immer gebrauchen so was haben wir hier noch 1 triceratops skelett ok auch nicht schlecht die stelle ist das ja jetzt müssen wir hier durch da kannst du raus sei ja dann macht das mal da hat irgendjemand das glas hier kaputt gemacht wenn ich hier ausrutsche bin ich tot kannst du denn hier ausrutschen schauen wir mal das sieht so aus als kann ich nur von hier da rein was soll ich machen ja dann denke ich mir auch gerade das ist ja krass hier ok ein stockwerk tiefer was wollte ich eigentlich noch nicht aber gut hier kommt ein kampf was denn für ein kampf ein pteranodon ok die gehen ja noch so war ich da mal aus das zeug machte ich nämlich blind und das will ich nicht leute das will ich vermeiden weil blind ist scheiße blind ist echt scheiße so wir ziehen drei perfekt blind ist richtig übel so liebe leute wir kriegen richtig viel medizin die wollen uns hier definitiv auf irgendwas vorbereiten die ist verschlossen ok schade die wollen uns also auf irgendwas vorbereiten gut deswegen muss ich die medizin und sparen definitiv und noch mehr level wenn es geht ach nein sind wir wieder in der haupt halle im zweiten stock ja ok haupt halle im zweiten stock ok da ist wieder so ein großer skorpion der macht wieder so viel schaden hier so ein raptor ok der ist schon mal auch du scheiße ok ich bin vergiftet aber das ist nicht schlimm war klar dass ein skorpion vergiftet so bleibt mal schön weit weg bevor er sich da noch rumhampelt hier und ja liebe leute geht es euch gut ach scheiße mir geht es sehr gut außer hier im spiel da muss ich gleich mal heilen wie kommt ihr so durch die schwere zeit ist es machbar für euch erzählt doch erzählt mal wie es bei euch so ist mit corona und so würde mich mal interessieren so die medizin die hat jetzt nicht viel gebracht hat er sogar kaputt okay am 15 dann nehmen die ammo hier brauche ich jetzt nicht unbedingt dafür haben wir doch den den zauber detox genau leute und so man würde ich sagen erkunden wollen wir einfach mal weiter hier ist doch das labor von klemmt hier ist doch das labor von klemmt aber das zu wenn wir jetzt hier runter gehen da kommen wir natürlich nicht durch klar weil die tore noch geschlossen sind aber wenn man da jetzt runter gehen würden würden wir wieder in den haupt eingang kommen so sieht es aus leute so was haben wir denn hier schönes was haben wir jetzt museum shop und zwei zwei gras hüpfer cool und zack zack der eine ist schon kaputt ah nein voll reingelaufen naja gut aber die machen ja keinen schaden das ist ja geil hier mit zwei items müllen brauche ich nicht so haben wir hier irgendwas im museum shop gibt es hier irgendwas für uns irgendeine versteckte kiste ja tatsächlich defense plus 1 nein 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 noch eine kiste ein tool mein gott das wusste ich gar nicht dass es hier versteckte items gibt ok cool defense plus 1 oder war wieder was wieder mein handy angegangen so use auf den protektor perfekt liebe leute so dann gehen wir nochmal weiter auf unserem geraden weg hier oh jetzt sind wir eins drunter von von eben so perfekt ah nein ach das war ja shit ok dann mach erstmal diese diese kellerassel da weg ok der will wieder sprühen ach macht das doch nicht blind ich dachte das macht blind nullte perfekt boah dieser burst schaden ist schon hilfreich richtig hilfreich so alles klar dann mach nochmal einmal heal 3 moment ich bin immer noch nicht voll das ist schon so krass wie viele hitpoints wir haben 658 leute wow echt gut wir haben uns halt auch gelevelt ne muss ich sagen so was haben wir hier hier haben wir noch einen kampf was denn für ein zwei dinos und ein drei dinos ja zwei raptoren und ein terranoton so aber wir haben tatsächlich drei stück auf einmal getroffen hier zwei nochmal sehr schön äh macht ihr mal eure attacken da geht du mal weg so sehr schön mal schön schön schaden rein drücken hier so sehr gut wow okay nicht schlecht okay da war wieder ein racer draußen unterwegs so schieß den ab nicht nachladen ja gut aber das geht das geht guck mal schade fast ohne schaden leute und wir haben noch mal ein level up 31 mittlerweile krass leute wir sind level 31 nicht schlecht oh schaut mal da oben leute ein weihnachtsbaum ein kleiner cool 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 so ah gut dann würde ich mal sagen ein riesen raum das ist eine tür was haben wir denn da in der tür leute was ist da drin was ist da drin security office das hört sich doch so an als könnte man hier den alarm ausschalten oder perfekt hm lass uns mal gucken wo ist der alarm ich höre hier keinen alarm leute aber äh der muss ja hier sein guck mal ah hier sind so server so äh so elektroschränke was haben wir hier hier ist er und der und der wurde aktiviert ja dann machen aus ah ja so was haben wir hier noch da sind doch so kameras schau dir das mal an hey warte mal eine minute ev ach du scheiße was ist mit der passiert wo ist die dieser raum wo ist das ach du scheiße sie ist auf dem vierten obergeschoss aha okay die ist schwanger leute habt ihr das gesehen inventar ist voll ja toll mäßchen zwei gegen eine mp5 gegen eine mp5 kann ich davon irgendwas nehmen die siebenfach schuss ne 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 die waffe die ist nix die hat ne scheiß range wirklich aber bessere bullets und besseren schaden ne ich hab lieber mehr range leute nein 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 aber ich kann mir ja die die werte da raus ne drei werte ja ganz genau leute g3 a3 perfekt schaut euch diese waffe an ne 64 schaden 133 range und vor allem auch die beste leute eine 50 56 42 das ist schon übel gut use item immer eine medizin 2 so perfekt gut wir haben den alarm ausgemacht und da kann ich auch direkt wieder raus hier was was so gott habe ich mich erschrocken ok cutscene leute oh nein ich weiß was kommt nein dahinter die die und da die die das nicht mehr einfach mal die dinos in ruhe sind lassen können nein die müssen natürlich die müssen sie natürlich reaktiviert nehmen man 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 ich kann es nicht glauben also so kontrolliert sie als diese diese leblosen objekte und alle anderen sachen dies verrückt das sehe ich allerdings auch so er ist einfach geisteskrank wenn ich jetzt hier oben hin da oben kann ich hinkommen okay gut ist das denn jetzt wieder für einen raum leute ihr verwirrt mich so so drei keller asseln ihr seid doch bescheuert leute zack zack so drei keller asseln auch drei auf einmal das ist natürlich mega so dann einmal ausweichen deswegen liebe ich diese waffe einfach nur dreifach schaden 6 schuss ausgegeben 45 bekommen ja geht natürlich auch wo weihnachten ja hier ist es jetzt auch nicht mehr lange sieben wochen noch dann ist hier auch weihnachten riva vor geil leute wir kriegen hier echt richtig gute items also das muss ja nur sein dass die uns hier auf irgendwas vorbereiten ich habe den alarm zwar deaktiviert aber es öffnet sich nicht brauche wohl einen schlüssel dafür aha okay interessant interessant gut leute wo sind wir jetzt hier schon wieder ist die habe ich ja schon genau die habe ich ja schon ich verstehe leute wenn ich jetzt hier runter gehe komme ich auf den ersten stock alles klar hier konnten wir ja eben nicht rein jetzt können wir hier rein okay so langsam aber sicher gibt das irgendwie einen sinn jetzt kommen die gegner wieder das ist natürlich blöd jetzt aber es sind andere schaut mal es sind andere ist jetzt der raptor und zwei gras hüpfer hier waren eben drei keller asseln drinne zweimal 60 und dann noch mal zack zack so perfekt zwei gegner auf einmal geplättet hier so ohne schaden geil leute am u15 kommt nein nach macht jetzt nichts so da würde ich sagen müssen wir eigentlich mal hoch jetzt sind zwei news dann müssen wir hoch hier los geht hoch dritter stock wieder und ja jetzt ist die frage jetzt ist die frage wo ich hier hin muss wird den alarm ausgemacht aber und schlüssel dafür ok vielleicht noch mal hier hinten hin ok jetzt müssen wir nämlich auf den vierten stock ganz genau nur wie wie kommen wir zum vierten stock so jetzt sind vereins höher wieder jetzt sind wir wieder auf dem dritten stock jetzt geht jetzt geht das rätselrad groß scheiße und ich dachte ich komme hier durch ohne verwirrung ach vier gegner warum warum habe ich jetzt keine erst schlag hallo und warum hatte ich jetzt auch warum hatte ich jetzt keinen erst schlag das verstehe ich nicht leute egal die gegner sterben ja auch so sagt geil schön schaden verteilen sehr gut haben was gleich mal diesen gras hüpfer dann sehr gut leute jetzt sind zwei am u15 ja mehr brauche ich auch nicht genau super dann einmal kurz das inventar aufräumen in die z2 benutzen schank wegschmeißen perfekt wissen voll wunderbar und ja da hoffe ich dass wir hier auf richtigen weg sind und lief zu finden ich bezweifle das ganze zwar aber ja einfach mal gucken genau wir können jetzt nämlich hier die treppen benutzen schaut mal die treppen sind offen sehr gut leute wir können die treppen benutzen ist das nicht toll nur zack zack so der eine speck sehr schön wo ich denn durch den spräuch schaden hier am 15 medizin drei wunderbar so können wir jetzt diesen aufzug benutzen wir können den aufzug benutzen wie geil leute wie geil so wo können wir denn alles hin mit dem ding viel schock da ist für stock ist okay es kommt schon wieder ein boss kampf ach du scheiße oh gott ja ich war definitiv hier okay full weg aber noch mal was haben wir hier noch da ist definitiv die und wo wo kommen wir denn ich kann es mir schon denken ja da unten okay so was ist denn hier jetzt los hier kann ich hier nichts machen warum kann ich hier nichts machen gut müssen wir jetzt vielleicht ganz runter oder oder einfach hier nochmal rein noch mal gucken moment so drei minuten aber noch leute da will ich auf jeden fall noch wissen wo es hier weiter geht tatsächlich so so warum ich jetzt wieder kein erst schlag warum sollte egal und zack 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 oh nein nicht nachladen verdammt noch mal boah trippel schaden hier so zack zack so ok leute die rollen da wieder vor sich hin eh zack zack so macht das ding im arsch Ah, perfekt. Das ist doch diese Kellerasse. Und bevor die auf dich zurollt, schießt sie kaputt. Sehr gut. Kann ich jetzt hier weiter? Leute. Oder kann ich hier nicht weiter? Ich bin doch hier eben rausgegangen. Das ist jetzt gerade blöd. Gut, jetzt bin ich nämlich an der Stelle, wo ich sage, ich weiß nicht mehr wohin. Scheiße. Vielleicht ganz runter. Das kann auch sein, Leute. Vielleicht ganz runter. Oder vielleicht dahin. Ich weiß es jetzt wirklich nicht. Aber nee, Quatsch, von da sind wir ja gekommen. Stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. So. Oh, nochmal Gegner. Ja gut, aber dann leveln wir halt. Ist doch auch okay. So, wie die drei Raptoren. Zack. Oh, geil. Schön Schaden verteilen. Richtig gut. So. Jetzt reden wir mal weiter hier. Und schön in eine Linie. Sehr geil. Perfekt, Leute. Und der ist auch direkt weg. Easy. Easy. Easy, Leute. So. So. Dann würde ich mal sagen, haben wir noch Medizin 2. Haben wir sogar noch. Ja. Gut. Dann nutzt die mal. Dann muss ich wohl noch eins runter. Ja. Dann muss ich wohl noch eins runter. So. Kann ich hier rein. Da kann ich rein. Okay. Mhm. Vielleicht muss ich aber auch ganz runter. Hier waren wir ja beim letzten Mal schon. Ja, das ist jetzt das Ding. Ich weiß jetzt nicht, wo ich hin muss. Shit. Genau, jetzt hat mich die Verwirrung gepackt. Oh. Ich glaube, hier waren wir noch nicht. Nee, der Raum ist neu, Leute. Der Raum ist neu. Okay. Mit diesem Spielding, oder? Oder haben wir das schon gespielt hier? So. Äh. Äh. So. Ach, verdammt. Und schneller. Ach, verdammt. Zack. Hahaha. Alle drei. Perfekt, Leute. Und in eine Richtung. Zack. Oh. Perfekt reingelaufen. Uh. Full Recover. Geil, Leute. Noch ein Level Up. Level 32. Äh. Äh. Ja. Macht alles. Macht alle negativen Status weg. Und halt uns voll. Das ist schon im Barzauber, ja? So. Leute. Dann kann ich nochmal eine Medizin 2 benutzen. Da haben wir keine mehr. Doch, hier. So. Perfekt. 694 Hit-Points. Das ist tatsächlich eine neue Frage. Okay. 25 Millionen Jahre zuvor hat sich Sauerstoff in der Luft angereichert. Warum? Photosynthese? Ein Komet? Oder eine Reaktion zwischen Gas und Hartzweck? Photosynthese? Macht doch Sinn. Genau, Leute. Wir ziehen 4. Sehr schön, liebe Leute. Gut. Dann würde ich mal sagen, in einem Satz der Zeit. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Und aktiviert die Glocke. Würde mich sehr freuen. Und ja. Dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Einen schönen Tag. Ne? Tschüss.